Herzlich willkommen im Golfclub Eschenried. Mein Name ist Martina Eberl-Ellis. Ich bin Geschäftsführerin meiner Golfschule seit zwei Jahren der Martina Eberl Golfakademie. Der Golfclub gehört dem Verbund Münchner Golf Eschenried an. Zusammen mit Gut Häusern, Eschenhof und Gröbenbach bietet der mitgliedsreichste Golfclub Deutschlands mit 2.400 Mitgliedern 69 Loch im Münchner Umland für abwechslungsreiche Golfrunden. Wir arbeiten nach dem Sechs-Säulen-Prinzip Techniktraining, Mentaltraining, Fitnesstraining, Ernährungsberatung, Schlägerfitting und Massage. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß in der Akademie, so wie auf dem Golfplatz Golfclub Eschenried. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.